In diesem Video geht es um die besten Spiegelreflex-Kameras. Der Qualitätssieger in unserem Spiegelreflex-Kamera-Test geht an die Nikon D5600. Die revolutionäre Software Snapbridge von Nikon verwendet die Technologie Bluetooth Low Energy, um die Verbindung zwischen der D5600 und einem kompatiblen Smart-Gerät permanent aufrecht zu erhalten. Dank der optimalen Ergonomie der extrem mobilen D5600 können Sie sich ganz auf Ihr fotografisches Erlebnis konzentrieren. Halten Sie mit dem hochwertigen optischen Sucher faszinierende Bildausschnitte fest. Der Sucher erlaubt eine unglaublich klare Sicht durch das Objektiv und blendet Sonnenlicht und andere störende Faktoren aus, wenn Sie auf das Motiv scharf stellen. Ob mitten im Geschehen oder im Weitwinkelbereich, mit dem präzisen Autofokus-System der D5600 können Sie mühelos auf das Motiv scharf stellen und die Schärfe nachführen. Das AF-System deckt mit 39 Messfeldern einen großen Bereich des Bildausschnitts ab und 9 hochpräzise Kreuzzensoren in der Mitte fokussieren stets mit äußerster Präzision. D-Movie erlaubt Aufnahmen mit Bildraten von bis zu 50 bis 60 Pixeln. Dank des kontinuierlichen Live-View-Autofokus erzielen Sie selbst bei schnellen Motivbewegungen gestochen scharfe Aufnahmen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Panasonic Lumix DMC-FZ300. Das 25 bis 600 mm Leica DC Vario ELM ARIT Objektiv bietet im kompletten Bereich eine Lichtstärke von f2.8. Die Nano-Oberflächenbeschichtung sorgt zudem für eine außergewöhnlich gute optische Leistung mit minimalen Lichtreflexionen. Der Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor mit 12,1 Megapixel und der Venus Engine Bildprozessor garantieren beste Bildqualität und superschnelle Signalverarbeitung. Die leistungsstärke Rauschunterdrückung sorgt für gestochen scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu ISO 6400. Der Fünfachsen-Hybrid OIS Plus ermöglicht Videoaufnahmen ganz ohne Verwackeln selbst nur mit einer Hand. Egal ob Sie Filme ansehen oder Ihre Videos bearbeiten, 4K bietet das schärfste Seherlebnis, das Sie je hatten. Für raue Bedingungen im Außeneinsatz verfügt die Lumix FZ300 über ein Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Spiegelreflex-Kamera-Test ist die Kodak Astro. Mit dem 90-fachen optischen Zoom können Sie noch einen Gang zulegen. Nur an der Stelle des Motivs wäre man noch näher dran. Stellen Sie sich vor, was diese Leistungsfähigkeit für Sie und Ihre Fotografie bedeuten könnte Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Finden Sie die Betrachtung des LCD-Monitors mitunter schwierig oder würden Sie gerne zu Ihren fotografischen Anfängen zurückkehren, indem Sie einen Sucher verwenden. Betrachten Sie Szenen und Objekte bei der Wiedergabe und Vorschau sowie die Menüführung mit dem elektronischen Sucher der AZ-901. Möchten Sie die Kamera aus der Ferne steuern? Übernehmen Sie die Kontrolle mit Ihrem Handy. Stellen Sie das Wählrad der Kamera auf den Wi-Fi-Modus, um Sie über die PIX-PRO-Fernsucher-App mit Ihrem iOS- bzw. Android-Gerät zu verbinden. Drehen Sie den LCD-Monitor mit 920.000 Pixeln der AZ-901 um volle 180 Grad. Klappen Sie den Monitor bei Nichtgebrauch vollständig ein, um eine Beschädigung zu vermeiden. Wählen Sie einen für sich angenehmen Winkel, wenn Sie aufnahmebereit sind und schonen Sie so Ihren Nacken oder Rücken. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.